Synchronschwimmen ist ein eleganter und anmutiger Sport, der eine hohe Koordination, Flexibilität und Kraft erfordert und ein echtes Spektakel ist. Ona Carbonell ist ein bekannter Name in diesem Sport und über sie werde ich Ihnen heute erzählen. Ihr seid auf dem Kanal 100 Jahre Sport und wir starten durch. Ona Carbonell Ballestero wurde 1990 in Barcelona in einer Arztfamilie geboren. Der zukünftige Star begann im Alter von 5 Jahren mit dem Schwimmen, die Familie verbrachte den Sommer normalerweise auf Menorca, da sie es liebten, am Meer zu sein, zu schwimmen und Boot zu fahren. Wenn sie von einer Bootsfahrt zurückkehrten, kehrte sie oft zurück und schwamm neben dem Boot hier. Carbonell begann im Alter von 8 Jahren mit dem Synchronschwimmen, als sie sich beim Calipolis Swimming Club anmeldete. Sie ahnte nicht, dass ihre Leidenschaft für den Sport sie zu den höchsten internationalen Wettkämpfen führen würde. Dank engagiertem Training und einem starken Kampfgeist gewann Carbonell im Alter von 11 Jahren ihre erste nationale Meisterschaft. Und im Alter von 14 Jahren begann Ona, an internationalen Wettbewerben teilzunehmen, repräsentierte die Nationalmannschaft und sicherte sich sofort den Titel einer der vielversprechendsten Synchronschwimmerinnen Spaniens. Carbonells erster erfolgreicher Auftritt als Mitglied der Nationalmannschaft war die Weltmeisterschaft 2007 in Melbourne, die zu Silber und Bronze führte. Dies brachte sie an die Spitze der Synchronschwimmszene in Spanien und gab ihr das Selbstvertrauen, sich ihren Traum zu erfüllen, eine Weltklasseathletin zu werden. In den nächsten Jahren nahm Carbonell weiterhin an den höchsten internationalen Wettbewerben teil und gewann eine beeindruckende Anzahl von Medaillen und Auszeichnungen. Sie hat mehrere nationale, europäische und Weltmeisterschaften gewonnen und damit ihren Status als eine der dominantesten Synchronschwimmerinnen der Welt gefestigt. Der Erfolg von Carbonell war jedoch nicht ohne Probleme. Sie musste ein strenges Trainingsprogramm mit ihrem Studium verbinden, was manchmal bedeutete, die Schule wegen der Teilnahme an Wettkämpfen oder Trainingslagern zu schwänzen. Sie musste auch mit Verletzungen fertig werden, darunter eine schwere Schulterverletzung, die eine Operation erforderte und sie zu einer mehrmonatigen Trainingspause zwang. Trotz dieser Hindernisse strebte Carbonell weiter nach neuen Höhen. Ihre harte Arbeit zahlte sich 2012 aus, als sie bei den Olympischen Spielen in London eine Silbermedaille im Synchronschwimmen gewann. Es war ein historischer Moment für Spanien, als das Land bei den Olympischen Spielen zum ersten Mal eine Medaille in diesem Sport gewann. Der Erfolg von Carbonell setzte sich in den folgenden Jahren fort. Sie hat mehrere Goldmedaillen bei Europa- und Weltmeisterschaften gewonnen und war auch eine Schlüsselspielerin für die spanische Nationalmannschaft, die das Team-Event bei den Weltmeisterschaften 2015 in Kazan, Russland, gewann. Insgesamt stand Ona im Laufe ihrer Karriere bei zahlreichen Europa- und Weltmeisterschaften 36 Mal auf dem Podium. Außerhalb des Beckens ist Carbonell auch ein leidenschaftlicher Verfechter der Gleichstellung der Geschlechter und der Rechte der Frau. Sie sprach über den Mangel an Finanzierung und Unterstützung für den Frauensport in Spanien und forderte, dass mehr Ressourcen in die Förderung des Frauensports und die Stärkung von Sportlerinnen investiert werden. 2013 erhielt Ona Carbonell die Silbermedaille des Königlichen Ordens von Spanien für sportliche Verdienste. Abschließend möchte ich sagen, dass Ona Carbonell eine echte Inspirationsquelle für aufstrebende Sportler auf der ganzen Welt ist. Ihr Engagement, ihre harte Arbeit und ihr Kampfgeist haben sie zu den höchsten internationalen Wettbewerben geführt und ihr Erfolg ist ein Beweis dafür, was mit Ausdauer und Entschlossenheit erreicht werden kann. Und obwohl sie 2019 aufgrund ihres Wunsches, Mutter zu werden und mehr Zeit ihrer Familie widmen zu können, ihren Rücktritt ankündigte, hat sie bereits den Weg für zukünftige Generationen von Athleten geebnet, die in ihre Fußstapfen treten werden offenbaren ihr Potenzial. Vergessen Sie nicht, Kommentare zu schreiben, Leagues zu setzen und den Kanal zu abonnieren, hier wird über Sport gesprochen. Vielen Dank.